Wir schreiben das Jahr 2019 und einmal mehr ist der VDE hier auf der Hannover Messe präsent, die nach wie vor der Netzwerk- und Kommunikationsknoten der weltweiten Industrieunternehmen ist in den verschiedenen Anwendungsfeldern. Wir als VDE, als neutrale Technologieorganisation, positionieren uns querschnittlich in den Themen künstliche Intelligenz, digitale Technologien oder Energiesysteme der Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020